Mich hat vorhin einfach nur die Hälfte aufgenommen. Mich hat von einer Prüfung nur die Hälfte aufgenommen. Warum? Da gab es irgendwie ein Problem oder so. Hat er mir erzählt. Bei welcher Prüfung? Bei der ersten. Oder bei der zweiten. Ja, bei der ersten stand ich auf der B. Irgendwie hat er da nicht ganz aufgenommen. Irgendwas war da ein Problem. Aber halt. Also dathalte nicht, denn es war nicht ein Problem. Weil ich nicht so nicht so verwendet habe, weil wir gerade mit den Böder hier war, weil wir leider nicht so aufgenommen werden. Weil wir nicht so gut ist. Null. Aber wie die Böder im Böder ist? Fertig sind davon, dass wir hier nicht so ausgült sind. Wann findet sich auch immer noch etwas Spaß? Das war ja so. Dann Alexandra, wir den Böder und eine Puhrenge. So war der so sehr gaffbar. Aber was war der Böder ist? Da war der Böder. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020